Antenne Vorarlberg Hi, ich bin Vorarlberg-Reporter David Kieber. Ich melde mich heute aus dem Walgaubad in Nenzing. Und man sieht schon hier an der Haut, ich habe Gänsehaut. Es ist kalt, es fällt Schnee, aber das Walgaubad hat offen. Oliver Tschabrun, Geschäftsführer, ihr hauen ja immer gern früher off und länger off. Ja, genau. Unser Konzept sieht vor, dass wir Mitte April off machen und bis Ende September, Anfang Oktober off fahren. Und was sind denn schon vier Grad plus? Kalt, vier Grad plus sind auf jeden Fall kalt, aber das Wasser ist Gott sei Dank warm. Das hat 27 Grad, 28 Grad, das hast du vorher gesehen, gell? Ja, richtig. Das Aquafitbecken hat zur Zeit 28,2 und das 25 Meter Becken hat ungefähr 27,6. Also man muss nicht in kaltes Wasser springen, man muss hier draußen zwar im Schnee dann stehen, aber im Wasser ist es dann fein und da hätte ich sagen, hupfen wir jetzt mal rein, oder? Ich freue mich schon den ganzen Varmittag drauf. Das Wasser ist herrlich, es hat 28 Grad, ich liege hier im warmen Wasser, während mir Schneeflocken auf den Kopf fallen und zwar in Nenzing im Walgaubad, das hat seit gestern geöffnet. Antenne vor Eilberg Antenne vor Eilberg